Montage, willkommen zu einem kleinen Live-Scenen und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich mache einmal kurz Musik an und dann kann man auch starten. So. Und zwar spielen wir heute OMSI 2, den Omnibus-Simulator und Lotus-Straßenbahn, dem bisherigen Straßenbahn-Simulator, denn heute gibt es ein Mega-Update. Und das Mega-Update beinhaltet eine T4D, das ist ein Bestimmungsbahn, der LVB, der Leipziger Verkehrsgetriebe, Getriebe, Gemeinschaft, keine Ahnung. Und ich glaube, Betriebe waren. So, und ich muss erst mal die Musik anmachen, bevor ich hier so lange quatsche. Online-Modus gibt es leider noch nicht, da habe ich auch schon mega Bock drauf, mache ich auch ein Video, wenn der rauskommt. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu laut, doch es ist zu laut. Ja, so ungefähr, dann müsst ihr mich noch verstehen. So, wir haben auch direkt einen Zuschauer. Ähm, wir gucken einmal, ob das alles läuft müsste. Ja, dann können wir auch direkt starten mit Lotus oder OMSI. Schreiben rein, was du als erstes willst. Wenn du erst willst. Und dann will ich euch nachher mal zeigen, was von so, ja, das, also was letztens echt sehr, sehr lang war. Was, ähm, meinen Kanal, äh, was mein, eine Video anbetrifft, was ich gemacht habe, währenddessen ich gezockt habe. Und zeigen, dass ich wirklich, wirklich hart gelegt habe. So, okay. Okay. Und, ähm, wir wollen ja einmal starten. Wollt ihr sagen? Ähm, ich kann jetzt nicht gucken. Ich gucke mal, ob es bei Handy, was du, was du geschrieben hast, falls du überhaupt was geschrieben hast. Ähm. Weiß ich, ich weiß noch, ich kann nicht. So. Klopft, ähm, schon ganz gut. Mal gucken, ob wir müssen. Hm, ist ja irgendwie gar nicht. Also steht bei mir auf dem PC sogar da, dass jetzt schon zwei Leute zuschauen, aber, ja, äh, was meint er jetzt. Oder? So, äh, ich gucke mir, was ich hier veraussehe. Muss ja jetzt gucken. Der Moment. Ich bin jetzt jetzt hier, keine Rechte. Keine Rechte, den ich jetzt hier wieder übernommen habe. Ah, okay, wir starten einfach erst. Wollt ich sagen. Oder wenn ich jetzt sehe. Ach, jetzt starten. Jolo. So, ähm, Musik läuft ja hoffentlich. Genau, läuft. Super. Und, ähm. Ah, das ist jetzt ein bisschen so, ähm, mit dem Lotus-Sound. Den kann man ja entweder nur ganz ausstellen oder, ach, die Bahn hat eh keinen Sound. Stimmt, ja. So, die neue T4D hat keinen Sound. Wir wollen aber direkt mal mit Lotus-Sound. Um die zwei kommt später noch. Und, ähm, ich sehe schon meinen Fehler. Ich bin auf dem falschen Kanal. Tja. Das war's jetzt mal komplett. Ähm, ich wechsel mal kurz. Warte mal. Oder nee, ich gucke. Äh, wenn ich jetzt jetzt auch in die Suche... Ah, ja, 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 ich bin Platz darauf, den kann er auch nicht. Ich kann gleich mal gucken, wie man das hat. Äh. Oho. Hm. Äh, ja, wie gesagt, was soll ich schaffen, was... Also Lotus oder Omensie, mir ist egal. Ich sag was und... Kann losgehen. Irgendwie steht bei mir jetzt live und dann seine Striche durch. Ich glaub nicht, dass es so gut ist. Ich glaube... Aber das ist haupte nicht. Okay, weg. Es ist... Nee, es ist da, wenn ich weg. Okay, Lucy ist...